hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute sind wir am schlär da man dort trotz starken föhns recht geschützt fliegen kann haben wir uns entschlossen dorthin zu gehen ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen nach dem start hat sich der einstieg in die erste thermik recht schwierig gestaltet da ich leider etwas zu früh gestartet bin und es nur bläschen gab die aufgestiegen sind dazu kam noch der film der einiges verblasen hat es war ein richtiger kampf mein plan war es geradeaus über das tal hinüber zu queren und dort dann nach einer thermik quelle zu suchen da dort die sonneneinstrahlung wesentlich stärker gewesen ist als hier so Im sonnigeren Teil angekommen, hat man auch direkt bemerkt, dass die Luft wesentlich aktiver gewesen ist, wie auf der anderen Seite. Am Anfang waren es fast nur Nullschieber, doch je später es wurde und je mehr sich die Luft erwärmt hat, desto einfacher war es, Höhe zu gewinnen. Nach einem vergeblichen Versuch, auf der anderen Seite noch einmal top zu landen, hatte ich dann leider zu viel Höhe verloren und habe mich dazu entschlossen, das Beste aus dem Flug zu machen und mich so langsam Richtung Landewiese zu begeben. Leider habe ich es auch nicht bis zur Landewiese geschafft. Nun hieß es für mich, Sachen packen und zu Fuß weiterlaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen in nördlicher Richtung da. Bis zum nächsten Mal.